Hallo und herzlich willkommen zur Streetshow. Mein Name ist Noel, das hier hinter mir ist Frankfurt und ihr, ihr steht heute vor der wichtigsten Wahl, seit euer Eisverkäufer euch das letzte Mal gefragt hat... Was jetzt? Waffel oder Becher? Blöde Frage. Vor genau 175 Jahren wurde hier in der Paulskirche der Grundstein für die deutsche Demokratie gelegt. Und ich finde, es ist an der Zeit mal die Frage zu stellen, die sich wohl jeder stellt nach mehr als 100 Jahren Beziehung. Gibt's nicht noch was besseres da draußen? Liebt ihr eure Demokratie? Ist das Kunst oder kann das weg? Ihr habt jetzt die Wahl. Entscheidung 2023. Der ultimative Demokratie-Turbo-Power-Showdown. Bist du aufgeregt heute? Bisschen, ja. Bisschen, ja? Wegen Wahlen, ne? Nee. Was hältst du von der Demokratie? Wichtig. Und Monarchie? Nicht so gut. Anarchie? Auch nicht gut. Militärdiktatur? Furchtbar. Ja? Aber gehst du hin zu Wagen? Vielleicht. Mal gucken. Okay, danke, danke, danke. Es ist Wahl. Seid ihr aufgeregt heute? Nein. Nicht aufgeregt? Hi. Geht ihr wählen? Nein, 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 nein. War alles cool, oder? Alles gut. Ja. War alles cool. Heute ist Wahl. Gutes Wählen. Es ist wichtig. Es ist sehr wichtig. Es geht nämlich um Deutschland. Heute ist Wahl. Ja, ganz kurz. Warte, Philipp schlupsch gleich zurück. Da kann der Philipp auch mal warten, Mensch. Und ob die das schaffen, ne? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber... Steht zur Wahl. Okay. Lies mal vor, was steht da? Anarchie ist machbar, Herr Nachbar. Ja. Das ist die inhaltliche Dichte, die Anarchie liefert? Sehr kreativ. Ja. Würdest du da mitmachen, oder sagst du, hm? Ist heute meinst du, ne? Ja. Ja. Heute ist leider schlecht. Naja. Deswegen eher, hm. Heute. Ja. Aber zur Wahl normalerweise gehen wir hin, oder? Normalerweise schon, ja. Also Wahl ist gut. Wahl ist gut. Wahl ist gut. Wahl ist super. Heute ist Wahl. Der geht zum Wahllokal. Der fährt zum Wahllokal, Mensch. Gehst du wählen? Ähm, äh, nee, ich kann hier nicht wählen. Warum nicht? Entschuldigung, wie ist Ihr Puls heute an dem Tag? Sehr hoch. Sind Sie aufgeregt? Nein. Es gibt eine große Wahl. Ja, das ist. Das ist fantastisch, oder? Ja, natürlich. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Die Leute, die woanders her sind, freuen sich, dass es alles ist. Sie haben das ein bisschen mitbekommen. Es ist ein Sparkle in der Stadt. Hi. Geht ihr wählen? Entschuldigung, wir gehen zum Flugzeug. Ah, okay. Nee. Warum nicht? Ich bin unter Stress gerade. Das ist doch kein Grund, nicht wählen zu gehen. Ja. 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 Ja.